Naruto ist ein japanischer Manga, veröffentlicht 1999 bis 2014. Später umgesetzt als Anime bis 2007 und dann fortgeführt als Naruto Shifuden von 2007 bis 2017. Also immer noch top aktuell. Diese Tasse fasst 460 Milliliter und zeigt auf der einen Seite Naruto und auf der anderen Seite seinen Sensei Kakashi. Untertitelung des ZDF, 2020